So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Teamfight Tactics mit mir, dem FearScreen. Ich hab mit dabei die Angie und die Caroline. Wie nehm ich denn jetzt eigentlich? Eieiei, weg da, weg da, weg da, weg da. Oh man, Angie. Nämlich halt ihn. Ich hab auch schon eine Weile nicht mehr Blaster gespielt. Ja, das spiel ich. Achso. Oder ich versuch mal einen Mecha-Piloten zu bauen. Nee, das will ich nicht mal machen. Ich hab den noch nie gebaut. Ja? Okay. Weißt du was von der Nummer? Fizz, Annie und Rumble. Genau. Rumble ist der in diesen Roboter drinnen? Ja, Fizz ist der Fisch. Annie ist der. Geschenke! Geschenke! Wow, ein Item. Ich werd reich. So, okay, Blaster werde ich nicht spielen. Äh, Geirin? Ach ja, das ist wieder da. Ah. Ah, ah. Okay. Mit E. Okay? Mit E. Mhm, 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 mhm. Ah, Infiltratoren hab ich, glaub ich, auch erst einmal gespielt. Das ist halt auch ganz cool. Das passt auch super mit dem Mecha-Piloten-Snap. Oder hinten die fetten Zauberer oder so. Weil der muss vorne tanken und in der Zeit, nein, deine hinten alles aus dem Leben. Okay, dann spiel ich auf anderem. Ich krieg hier nichts. Hm. Rakan hab ich auch noch nicht so richtig gespielt hier. Also noch nicht intensiv einmal, glaub ich. Die waren beide kosmisch, ne? Rakedi Rakan. Du musst was aufstellen. Was hau ich denn noch auf? Ich weiß es auch nicht. Ich habe Durst. Oh. Oh, kosmisch. Da ist mein erster Blaster. Boy, das ist das Kale. Den nehme ich jetzt hier gleich. Und du bist schon mal da. Ich bin glaube ich wieder Rebelle, Sprengmeister, Raufbold. Das kann ich mir nicht merken, alles. Oh, das ist crazy hier. Dann ist der wahrscheinlich auf Kau. Ja, oder er kennt das Spiel nicht. Oder er ist rausgeflogen, dann ging es ja auch schon mal so. Oder der mit den Items, die dann noch rumlagen. Ja, scheiße, ey. Ja, cool, da freue ich mich auf Sonntag. Da machen wir Sonntag ein schönes Community-Battle. Ich werde mal ein bisschen Werbung auf den Discord machen. Und mal ein paar Leute hier anheizen. Sollten wir es schaffen, acht zu kriegen, dann machen wir sogar ein Turnier draus. Was hole ich mir denn jetzt? Ist das nur eine Option? Mal gucken. So, er muss eigentlich auch mal irgendwann rausfliegen. Aber noch ist ja ganz gut. Oh, sie will ich eigentlich auch haben. Ist geil. Mann, Angie. Doch, Mann, Caro. Ich töte einen hier gleich noch. Oh Mann, Angie. Tötet mich. Aber wohl. Neu. Fröhligung. So kann ich still noch so. Fröhligung. Lassen wir es nach. Welchen Kack-Dum packe ich denn jetzt hier rauf? Aber jetzt. Oh, es juckt mich. Oh, das ist der nächste Blast. Dann nehme ich. Komm, wir machen das mal. Was passt denn gut zu Zauberstab? Der Zauberer. Nein, ich meine, welches Item noch? Boah, da gibt es so viele Möglichkeiten. Wenn du Attack-Speed haben willst, dann, äh, nen, wie heißt das, äh, nen Bogen. Ist richtig geil, dann wird der, hat der immer schnellere Attacken. Oh, jetzt könnt ihr mal bitte schnell töten. Oh, ihr Krüppel. Eigentlich mal was ganz anderes spielen, aber ich muss eigentlich die Runde... Ein sauberer Stab. Nein, es gibt zwei. Ich glaube, der ist echt auf Kack. Ja, ich glaube auch. Oh, der gambelt nur rum. Ja, jetzt ist er sogar raus. Oh, ich hätte den Zauberstab gelassen. Ach, du hast schon einen. Okay. Okay, dann hätte ich mir den auch nehmen können. Nein, jetzt brauche ich nicht so gerne, so sehr. Keiner will Ezra. Ezra ist so gut, der haut so ein Damage raus, ne? Ja, ich mag Ezra. Ich will den auch nicht. Ich habe ihn sogar gerade hier unten. Oh, der D-Night's Blaster, weil... Das ist ein guter Blaster, Lucien auch. So, wen knall ich mir denn hier noch rein? Er kriegt das hier Israel. Er braucht mein Ezra hier rauf. Oh nein, ich spiele gegen den, der afkar ist. Und ich spiele gegen den, der brennt. Habe ich schon mal gesagt, wie sehr ich Blitzcrank hasse, wenn ich gegen ihn spiele? Das kenne ich. Ich kann den einfach nicht riechen. Ah man ey, Sternenwächterwaffe müsste ich eigentlich auch mal alle durchzocken, ne? Noch habe ich ein bisschen Pech mit dem, was ich so kriege. Ich will jetzt ja auch nicht wirklich durch die Gegend shoppen. Blaster ist doch gut, oder? Ja. Ist echt gut. Hm. Master G ist halt viel geiler. Weißt du, ich hasse Ash. Du vermöbelst mich richtig hasi. Vor allem der, der hat Ash mit so krassen Items. Ich kann ihn ja gar nicht schlagen. Ich muss ein bisschen sparen. Aber ich kann es mir noch nicht so richtig eigentlich leisten. Gut, letzter werde ich nicht, weil der eine afkar ist. Da stehen die Chancen ganz gut. Ja so. Ich habe dich einen einzigen auf Silber. Oh, kann ich bitte was Vernünftiges kriegen? Hm, ein Löffel. Oh, das ist auch schön. Du hast Genüge getan. Hm. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Glück diese Runde. Ich habe auch nur einen Blitzcrank, ne? Komm, lass die Ulti knacken. Lass die Ulti knacken, Baby. Perfekt. Oh, da musste sie kommen. Der hat auf jeden Fall gut Geld, der Arzt. Ja, Geld hat er auf jeden Fall. Du kriegst mich beim nächsten Mal. Ich habe kein Geld. Dann hätte ich es voll. Ich liebe eine Herausforderung. Komm, er fliegt eh irgendwann raus. Wir spielen echt was ganz, ganz Kurioses diesmal. Aber, also, der Plan ist, glaube ich, ganz cool. Mit kosmisch und Beschützer. Also, ich weiß es nicht, aber ich versuch's einfach. Ja, aber Lucien kontert ihn ganz gut. Oh, Ulti, Nico, Ulti, Nico, Ulti, Nico, Ulti, Nico, Ulti, Nico, oh, Scheiß, doch, die Hütte. Was war das, was ich mir nicht hatten. Uah. Uah. Scheiße. Hm. Shit. Und ich kann nicht verkaufen, geil. Eigentlich brauche ich sie gar nicht, bei der Konstellation, die ich gerade spiele. Ich brauche noch irgendwas mit CC. Von hinten eventuell. Auch kosmisch. Komm, wir ändern mal. Oh, ich spiele gegen den Einser. Aber er ist, glaube ich, da, weil er ist auf 2 aufgestellt. Oh, ich spiele gegen Platz 1. Nee, ich glaube, das wäre jetzt automatisch dann irgendwann aufgestellt. Ja. Wenn er automatisch hochlevelt. Oh, ich verliere. Oh, ich verliere. Oh, die Ulti kam nicht durch. Puh. So, jetzt krieg ich mir aber wieder was Schönes. Was braucht Ezra hier nochmal? Warte, er hat jetzt ein Schwert. Ein Schwert und was ist gut? Ein Schwert und noch ein Schwert? Ja, das macht richtig harten Schaden. Ja, deine Schwert und Schwert. Das ist ziemlich gut, ziemlich gut. So, okay, wir haben, wir haben einen Plan. Wir wollen mal den kosmischen Waffen ein bisschen in die Spitze treiben. Oh, scheiße, da wäre Rumble. Hätte ich gebraucht. Egal. Jetzt kannst du dich mehr tauschen. Wolltest du wieder Mecha-Piloten spielen oder wegen Sprengmester? Nee, aber ich brauche den Ding, äh, Six. Wer stellt sich mir in den Weg? So, mache ich jetzt schon kosmisch? Ich kann ja gleich noch mehr draufpacken. Warte mal, wir sind ja der ganz ausgebiefte Dude sind wir, ja? Und dann hauen wir uns nochmal eine Räuber rauf oder wir holen uns Rakan. So, sind wir schon bei sechs. Das ist richtig stark. Oh, Mana-Räuber. Wie viel brauche ich denn dafür? Zwei. Na, wir probieren's mal. Wir probieren's. Vielleicht machen wir nochmal einen kleinen Mana-Räuber-Buff. Sternwächter wäre auch sexy, aber ich... hab keinen, der ist kosmisch. Deswegen... Ach, er muss eigentlich rein. As soon as possible. Ich spare immer noch. Ich bin zwar nur im Mittelfeld, aber ich hab jetzt fast die 50 Gold. Ach, er ist eigentlich auch unnütz hier, ne? Ist ja kosmisch. Aufbeut Krono. Krono-Buff haben wir eh nicht. Komm, wir holen uns lieber den Buff. Wir testen's mal ohne Blitzy. Weil der Buff... Der Buff könnte das wirklich bringen. Ach, ich hab's hier rausgehauen, ne? Scheiße. Oh, ich bin gegen Karo. Oh, du bist auch richtig hart. Ah, der Mordekaiser da, der nervt aber auch, ne? Jetzt ist er nicht tot. Die heilen sich echt gut. Er kostet mich. Er hat schon einen goldenen. Oh, ey, echt. Es schlägt mich keiner außer du, ne? Love you. Kein Kommentar. Okay. Okay. Ärmel hochgekrempelt. Das Zeitalter der Menschen ist zu Ende. Okay, Six brauche ich eigentlich gar nicht. Der gibt mir nichts, was ich brauche. Also raus. Ich brauche Items. Hier, wir doch mal Items haben. Oh, eins. Dein Ernst? Ich bin überwesendet, oder? Äh. So. Wieso habe ich denn den hier? Ich will wenigstens noch mal reingucken. Das Rumble endlich. Irelia ist auch mal eine Räuber. Scheiße, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, jetzt spiele ich gegen Karo. Und ich hasse Karo, weil sie hat sie nie mit. Das ist nicht richtig, aber. Ey, der Scheiß, den ich da gerade spiele, der ist anscheinend so krank. Niemand ist für meinen Boom. Wow, und das gefällt mir richtig gut, ne? Oh, Mann, Endi. Jetzt hasse ich dich. Gut, sie hasse ich mich. Sehr schön. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Da wäre noch mal ein Rumble. Komm, wir gehen auf Nummer sicher. Wir haben gerade den dicken Bonus. Wer ist denn das überhaupt? Ich hätte ihm auch noch eine Poppy hinstellen können, aber. Oh, das ist Platz 1 gerade. Guck mal, ob wir gegen den ankommen. Ne, gegen den haben wir davor verloren. Boah, der knattert gut raus. Boah, töte doch mal bitte ihn. Ah, ist doch keine Chance mehr. Die knattern hinten so hart raus. Okay, Platz 1. Das stink ich noch hart ab. Da, der hat eine goldene Kate. Naja, so viel Unterschied haben wir nicht zueinander. Da geht noch was, Schatzi. Ich krieg auch keiner meiner Figuren. Das ist ein Witz. Man, man, ich muss mal ein bisschen umstellen. Ich hab noch drei Einser auf dem Platz. Ich auch. Ich auch. Oh, Angie. Nein. Ein goldener Blitz. Ein goldener Blitz. Ach, du scheiße. Liebe dich. Das ist ein krimineller Abschaum gereinigt. Was toll? Bisschen toll. Bisschen ganz tolle. Oh, ich weiß, was ich haben will. Überdingt sogar. Oh, nein, rennen wir nicht hin, rennen wir nicht hin, rennen wir nicht hin. Nein, 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 warum? Danke. Du brauchst es doch gar nicht. Egal. Echt jetzt? Danke, Caro. Danke. Alter Scheiße, ey. Irgendwo war die Papa. Aha. Ich hab mir, dass du mich gerade verletzt hast. er ist verarschen ich habe ihn genau so gebraucht ich brauche noch einen verdammten sternwächter das könnte das echt sein vielleicht machen wir das vielleicht machen wir das so den brauche ich eigentlich aber ein sterne tüpfel ich versuche gleich mal nur zauber sternwächter wieso haben alle leute gold ich auch nicht alter dahinten wie sie ausrastet leck mir doch die füße oh beinah beinahe die nico übersehen da wäre mein sternwächter noch der auch gut reinpasst ok wird interessant dass man bitte ein paar lecker items wenn hier schon meine eigene verlobte mich diskreditiert mit dem bieten komm schon 3 1 lecker ich hab von mir er wollte mich doch alle verarschen wollt ihr mich die konkreten sie ist so geil auf ihn er braucht noch einen handschuh das ist der mit dieser verdammten goldenen caitlin da komme ich mich kann ich mich nicht durch schnitzeln waren die echt zerrubbt einfach alles hier ist so nervig dauer holt die am start nico ist doch die sternen wächter die ist auf jeden fall deutlich ersetzbar das brauche ich das brauche ich den brauche ich auch den brauche ich am wenigsten wobei er echt cool ist jetzt kommt er wieder er hasst mich doch alle er ist alles noch irgendwie im spiel drin außer der eine das ist richtig auch der goldenen blitzkrieg das ist natürlich auch schmerzhaft plopp direkt weg genutzt doch schoggert hat er auch können wir erst mal bitte hier butter bei der fische machen und so ich bin bei der engine kann man so sagen das bringt mir hier auf jeden fall mehr weil da verliere ich den beschützer buff mal gucken ob es noch ohne funktioniert 10 prozent mehr schild stärker und ein schatzi wir beide ich ich hasse mein leben jetzt bin ich tot ich werde hier auch gerade umgebracht glaube ich ich liebe dich schatz gott sei dank schon gezittert habe ich das schon komm schon baby yes yes oh yes oh yes oh yes trashy babe alter nico fliegt raus und er kriegt die ganzen items die ihn jetzt todesschnell mana geben dass er ein nach dem anderen auf dem spielfeld holt oh das könnte jetzt richtig stark werden so er war chrono er hat gar kein chronobuff aber das ist ja auch scheißegal because du darfst jetzt hier richtig ulten wie so eine todesmaschine mein freund so ja wenn haben wir davon viele ne der ist auch nur level 1 der kommt nicht mehr oh yes brauch ich nicht unbedingt ach wieder der platz 1 oh es kommt trash alter zeig warum ich dich hab komm trash zeig warum ich dich hab komm trash lass doch nötig nein oh wie ich denn jetzt zerruppe platz 1 boom oh yes das tut gut ich bin ja mal tot echt oh nein babe aber babe oh babe aber babe aber babe wir müssen auf jeden fall noch eine runde machen wir machen wir den papa fertig wo ist denn ich mache den schlachtplan gegen dich wie immer oder was wir müssen auf jeden fall noch eine runde machen und dann wir müssen auf jeden Fall ja ich bin nicht dass er mal der einst die ist ja hier noch weiter spielt erschöpft aber voll so eine schummelige so eine schummelige wir können natürlich jetzt versuchen ihn hochzukriegen aber ich hoffe du verlierst ey ey ich habe immer noch den level 1 an Darius auf dem Feld ne nur mal so by the way by the way ach popylein ach ja so habe ich mir das vorgestellt und auch kein bisschen anders so jetzt machen wir ernst der hat Darius auf Gold der zweite ach deswegen kriege ich keinen ab ich hätte Darius auf selber mach den Rumpfbrecher klar man ich will ja nur einen noch haben dann bin ich eigentlich schon happy Trash haut einfach das Spielfeld voll ohne scheiß Leute ohne scheiß das ist einfach so krank gibt ihm Items und Mana und der das ist perverse ey wenn ich mir jetzt nur goldene hier unten hinstellen würde würde er nur goldene grappen eigentlich könnte ich das echt so spielen ach wann das ist doch pervers ich hihihi herrlich ich eigentlich brauchen wir das nicht aber eigentlich könnten wir das auch ok machen ... Ich bin inzwischen wieder Bronze. Ey, wenn ich jetzt noch eine geile Ersatzbank hier unten hätte, ne? Komm, er holt noch einen. Holt die von links kommt. Ja, ja, ja. Ui, 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 ui. Oh, ich schnuppere an dem Sieg. Oh, da ist es gar nicht so gut gelaufen. Ähm. Ich überlege echt, ob ich mir jetzt einfach nur eine krasse goldene Ersatzbank da unten hinstelle. Und auf den Rest scheiße. Ich glaube, das mache ich sogar tatsächlich. Vielleicht den Darius. Weil die Soraka ist auch immer ganz cool, wenn sie kommt. Den kriege ich eh nicht mehr hoch. Ach komm, wir spielen das jetzt einfach so richtig pervers. Aber Soraka ist ganz cool, wenn sie kommt. So. Das ist meine Ersatzbank. Und davon kommen mindestens immer zwei jede Runde. Oh, ist das herrlich. Das machen wir. Oh, der hat drei golden, ne? Oh, der goldene Blitzy. Ah, der könnte interessant werden. Oh nein, der hat Mana Burn. Ich grab gar keine Leute. Doch, jetzt habe ich noch einen. Oh, nee, der wird schwer. Der wird schwer. Der wird richtig schwer. Oh, der wird... Oh, der ist krass. Oh, was soll ich mir da auf einfallen lassen? Hat der auch einen Trash? Ach, der hat auch Trash. Deswegen ist der so voll. Oh, ich hätte mehr haben müssen. Ihr seht das da unten. Ich muss noch mehr hinstellen. Gute. Oh, noch einen Trash? Oh, Sprengmeister. Das Item. Das pusht mich ungemein. Ulti-Stun. Ulti-Stun. Wer macht denn hier den... Wer... Wer Stunt denn hier? Eieiei. So. Ulti-Stun. Ulti-Stun. Wem könnte ich denn das... Poppy-Stun. Aber Poppy hast du schon... Und... Ulti-Stun. Ach, komm, gehen wir es einfach ihm jetzt. So, und die Ulti-Stun jetzt auch. Missforged noch mit hier unten drin. Nur eigentlich kranken Scheiße. Aber er spielt jetzt das gleiche. Das ist halt echt scheiße, dass er auch Trash hat. Ach, sind denn nur noch er und ich? Ja, okay, der ist krass. Er spielt den gleichen kranken Mist wie ich. Boah, oh. Boah, oh. Boah, ich krieg's nicht tot. Ich krieg's einfach nicht tot. Ich krieg's nicht tot, ich krieg's nicht tot. Hat er verdient geworden, aber... Einen zweiten geholt. Ja, sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Ja, er hat die gleiche Taktik, ich gespielt. Aber er hatte besseren Stuff. Er hat ja lauter Goldene noch zu stehen gehabt. Damit hat er natürlich bessere Karten gehabt. Aber gleiche Taktik mit Trash. Das ist natürlich cool. Trash, die alte Grab-Sau. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. War eine interessante Runde. Ich hab was ganz anderes gespielt wie sonst. Das fiel da so gut. Wow, ein ganzer 35 Punkte. Aber guckt euch an, er hat vier Goldene gehabt, ne? Und einen silbernen Trash. Da steck ich natürlich ab mit meinem eingoldenen und einem bronzenden Trash. Ähm, ja. Gut. Wenn's gefallen hat, Däumchen nach oben. Gerne wieder einschalten. Und ja, Abo nicht vergessen. Kommentare schreiben, um mich zu supporten. Haut rein. Bis dann, auf ihr Stream. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. So liebevoll.